Herr Mayer, zu viel. Würden Sie freundlicherweise mal nach vorne treten? Jawohl, Herr Leutnant! Mayer, Sie sehen vor sich ein zerlegtes Maschinengewehr des Typs MG3. Jawohl, Herr Leutnant! Und Sie werden dieses Maschinengewehr jetzt wieder zusammensetzen. Jawohl, Herr Leutnant! In der Hälfte der üblichen Zeit. Jawohl, Herr Leutnant! Mayer? Ja? Unter diesen Bedingungen könnte meine Großmutter das MG3 zusammensetzen. Wollen wir doch mal sehen, ob Sie das auch bei absoluter Dunkelheit können. Jawohl, Herr Leutnant! Schütze Weber? Jawohl! Licht aus! Fertig, Herr Leutnant! Weber? Licht an! Mayer! Was ist das? Sie ist klar, das kann man gar nicht tun. Das machen Sie doch mal gleich mal. Weber? Licht aus! Fertig, Herr Leutnant! Weber? Licht an! Mal, wo geht's? Ja! Was ist das? Was ist das? Was ist das?